Ich fahre wie in eine Nebelwand. Es ist lauter Gras auf der Straße. Ich sehe nichts. Die Bäume haben keine Blätter mehr. Links und rechts ist alles voll mit Hagel oder Schnee. Und das ist noch vor Augsburg. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Wahnsinn! Augsburg, Germany, Hillstrom und Hurricane Winders und die Aufmerksamkeit haben Sie die Aufmerksamkeit. Ich habe die Aufmerksamkeit.